und herzlich willkommen zurück zum spanien bus simulator so wie war la france wir sind gerade in spanien und fahren weiter richtung wovon fahren wir eigentlich fahren wir bis nach portugal faro wo ist denn faro ist das schon portugal map ja schon portugal hier ist die grenze da fahren wir hin wir sind wieder oft obaut also musik hier 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 Kript the night desires, set my heart on fire, heart on fire, set my heart on fire, yeah. Kript the night desires, set my heart on fire, yeah. Kript the night desires, set my heart on fire, yeah. Kript the night desires, set my heart on fire, heart on fire, set my heart on fire, yeah. Kript the night desires, set my heart on fire, yeah. Kript the night desires, set my heart on fire, yeah. Rechts halten und dann auswärt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Nimm die Ausfahrt rechts. 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 Nimm die Ausfahrt rechts rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. volle konzentration hier gerade alter ist so schwierig mit dieser externen ansicht mit der maussteuerung zu fahren vor allem die andere mit dem rechtskuchen kommt so so Ah, da vorne ist ein bisschen Stau. So doch nicht, da gerade zu haus wäre es, wenn die richtige Spur dazugemüllt wäre, mit langsamem Fahrer, aber es geht noch, so langsam werden wir beide wieder müde, das heißt, wir müssen mal nachher gucken, mal gucken, wie viel zählen wir noch an. Noch knapp vier Stunden, okay. Ist also noch ein bisschen gut. Bitte links halten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Sorry. Alter, ich bin gerade so mittig hier. Gerade auf gerader Straße ist es noch schwieriger als an der Kurve, seltsamerweise. Am besten sind es so leichte Kurven, so ganz weite Kurven quasi. Da kann man am besten drauf steuern. So ist es easy. Aber zu enge Kurven ist natürlich sehr schwer. Und gerade Strecken ist letztendlich auch schwer. Ja, also nicht seltsamerweise, aber intuitiv würde man sagen, gerade Strecken sind am einfachsten. Aber, ne. Was? Wie läuft der? Ah, Kredit. Oh, Alter. 14.000. Oh, wenn man wieder findet. 35.000. Uh. Nice. Astrid L, ist das der erste neue? Ne, ne. Ne, ne. Astrid L, da haben wir schon länger. Äh, wo denn jetzt? Da. Ah, ist doch, ist einer der neuen. Ah, okay, 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 okay. Ah, ist sie. Ah, ist sie. Das klingt voll. Na gut, das kann auch kein Frauennamen sein. Ist schon richtig. Ah, nice. Ah, er hat sogar schon den ersten Punkt. Gut, ich weiß nicht, ob er schon einen Punkt hatte. Habe ich nicht drauf geachtet. Weil hier weiß ich, dass sie keinen Punkt hatte. Hier sieht man es jetzt auch. Ah, cool, hat sie ihre erste Mission auch noch völlig abgeschlossen. Sehr geil. Oh, das sind sogar schon ein paar. Wow. So schnell? Wir haben sie doch gerade mal erst vor zwei Folgen eingestellt, oder? Können sie nicht nur vier Fahrten haben. Ey, die Kleine ist aktiv. Die Kleine ist... Aktiv. Keine Ahnung. Oh, jetzt fängst du aber. Gut, zu Recht. Er hat doch gerade vier Fahrten abgeschlossen, wahrscheinlich direkt in den anderen, ne? Ey, sieht man leider nicht von wann bis wann, aber genau. Genf, Zürich, Zürich, Genf, 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 Zürich, Zürich, Genf. Also, jetzt wirklich zwei Minuten her erfahren, jeweils mit einer Fracht. So muss das sein, meine Damen und Herren. Was macht der Typ hier? Der macht das Gleiche. Genf, Zürich, Zürich, Genf, Genf, Straußburg. Und dann wieder Straußburg. Keine Ahnung, was. Ja, machen eigentlich unsere Top-Kandidaten. Was machen die so? Ah. Ah, schon die 10.000 pro Strecke, ne? Ist schon geil. Ist schon ordentlich. Jetzt darf man natürlich auch nicht sagen, ne? Wow, er verdient ja pro Strecke viel mehr als sie, weil, wie gesagt, er hat Fernfahrt, ne? Das heißt, seine Trecken sind auch länger. Also. Aber potenziell hat er trotzdem schon pro Zeiteinheit mehr. Weil er natürlich zwischen den Fahrten jeweils Pause gemacht werden muss. Und er hat halt weniger Pausen zwischen den Fahrten, weil er weniger Fahrten hat bei der gleichen Strecke. Deswegen fährt er quasi effizienter. Und das ist ja auch der Grund, weswegen ich persönlich immer erstmal auf Fernfahrten gehe. Da sieht man ja auch schon hier, ne? An diesen Euro pro Kilometer. Dass er halt wesentlich höher ist als sie. Gut, der hier ist verdammt schlecht. Und was wird hier los? Hm. Ich wünsch dir, diese Liste wäre länger. Warum liste ich denn nicht einfach alle Fahrten auf? Oder die letzten 50 oder so? Da sind teilweise hier nur zwei Fahrten drin. Oh, why? Ich meine, ja, ich verstehe es. Es werden einfach immer nur die letzten sieben Tage abgebildet. Und es sind bei ihnen halt nur zwei Fahrten, die er in den sieben Tagen geschafft hat. Aber trotzdem. Ich meine, gerade bei Leuten, die halt Fernfahrten haben, dass die Liste halt nur zwei Einträge hat, ist halt dumm. Da wird man so viel mehr einfach in der Historie haben. Naja. Wahrscheinlich datenschutztechnisch nicht möglich. So, tanken wir hier? Ne. Pennen wir hier? Ne. Siehst du, wir können gleich mal gucken. Wir haben ja noch drei Stunden oder so. Ja, drei Stunden haben wir noch. Wir müssen uns also bald mal um die Tankstelle, äh, um den Schlafplatz kümmern. Aber hier ist relativ vorbei. Hier ist was. Hier ist auch was. Doch, sieht gut aus. Ja, doch. Okay, okay. Okay, alles gut. Da kommen wir locker etwas vorbei. Sehr schön. Schon wieder 35.000 Euro, ne? Achja. Es ist so schön. Wir brauchen technisch gesehen eigentlich nichts mehr machen. Wir können komplett von dem Einkommen unserer Mitarbeiter erleben. Ich habe doch ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich hier im Let's Play vielleicht auch ab und zu mal einfach keine Missionen mache, sondern mir einfach so auf der Welt, also auf der Karte, ein paar Punkte setze, die wir einfach abklappern und wieder einfach eine Leerfahrt machen. Weil Geld verdienen wir trotzdem. Und so könnten wir auf jeden Fall auch Orte abklappern, wo halt keine Missionen hinführen, wo wir aber halt auch sonst auch noch nicht waren, ne? Gerade, gerade hier unten, äh, hier unten ist es immer schwierig Missionen zu finden, die hier unten hinführen. Und einfach jemanden irgendwie Wegepunkte setzen, so, bum, 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 bum. Haben wir hier eine schöne Strecke und können einfach frei dahin fahren. Und müssen keine Angst haben, dass wir da währenddessen Geld verlieren und arm werden und sterben. Oder so. Weil unsere Mitarbeiter halt genug Geld mittlerweile einbringen. Deswegen wäre, wäre gar keine so dumme Idee. Aber, ich weiß halt nicht, ob das denn, ob denn nicht Leute sagen, äh, Ronny, du machst ja gar keine Mission mehr. Du Langweiler, du, geh mal kacken. So. Also, ich mach mal schon eine Strecke. Bam. Geil. 13.000 Kilometer. Sind zwar ein paar voll beschäftigt. Cool. Genauso muss das sein. Aber, Ja, let's go. Wir kommen locker noch rechtzeitig an. Wir brauchen bloß, äh, 200 Stunden. Auf geht's. Achso, halt, halt. Hey, wo war... Ich dachte grad, mit Escape wird die Strecke wieder verworfen. Aber mit Escape gehen wir einfach nur da raus. Wir müssen ja hier zurücksetzen. So. Okay, wir fahren los. Acht Stunden vor uns für 100 Stunden. Acht. Guck mal, wie viel hat's noch gehabt. Ah, 42 Stunden! Gut. Hätte aber ich direkt ein bisschen schneller fahren müssen, dann könnte man's vielleicht doch in 40 Stunden schaffen. Alter, das wär ... Boah.. Näh! Das wär ein Faktor 20! Wir müssten 20 mal so schnell fahren wie, wie gedacht wäre. Wobei halt nicht, falls schon gedacht, wir müssten 5 mal so schnell fahren. Soh! naja weil ich meine wer sowieso warenwitzig fünfmal so schnell fahren geht nicht keine chance aber vor allen dingen du fährst ja nicht nur du musst ja auch solch nicht mal pennen aber spätestens das hätte uns halt raus gekillt ich führe einen zu wo denn ach da jetzt hier hört man den zug weil das vor allem so laut und da war das letzte zug zu ende da hat man hier wenn man hier so das gleich geht wahrscheinlich einfach geradeaus weiter alle macht sogar eine kurve da machte kurve führt dann hier auf die autobahn das macht auf einmal so laut weil es so relativ nah war bei uns und dann wenn es zu ende ist also da verschwindet das so ganz einfach und deswegen hat er so plötzlich aufgehört alles eine logische erklärung nicht realistisch aber spieletechnisch logisch wird in so was nicht normalerweise hier oben die geschwindigkeit umgeschalten da sind wir noch 100 in einem tunnel ein unfall und dann dürfen alle immer noch 100 durchfahren ich weiß nicht ob das eine gute idee ist weil gerade deswegen sind es ja so eine elektronischen anzeigen damit man die halt in solchen fällen umschalten kann aber wahrscheinlich ist das halt kein katastrophenfall sondern ein katastrophenfall ist halt nur wenn es da wirklich ein feuerwehreinsatz ausgelöst wurde oder irgendwie sowas wobei der tunnel komplett gesperrt ja aber vielleicht keine ahnung unter welchen bedingungen das da umgestellt wird aber ich hätte gedacht mit einem unfall wird es auch umgestellt gut vielleicht wird es auch im echten aber nur in dem spiel jetzt nicht kann auch sein äh war weiß aber ich meine wenn er als als ja ich meine da war ja gerade ein polizist und sowas alles die ja nicht nur in ihrem fahrzeug waren sondern die auch rumgestanden haben und du willst halt nicht in einem tunnel sein der halt relativ eng ist und dann fahren direkt fünf zentimeter an dem ohrläppchen vorbei lkw mit 90 kmh erstens sind das sehr schöne windstöße die dabei entstehen und zweitens ist es halt auch also ne du willst es einfach nicht warum bremst du? bleib cool mein freund oh mein gott er bremst warum denn diese was nach vorne los heißt doch gar nichts oh mein gott ihr seid doch alle bedellert kann sein dass der anräder wieder auf die spur möchte und deswegen der hier vor uns immer bremst das ist doch bekloppt hier alter ok komm zieh mal hier nach der rothe wird sich auch nicht äh ernst dann korrigst deine mage kriegste da ja du so wir gehen jetzt alles scheißegal wir gehen jetzt pennen warte bis zum nächsten oder pennen wir direkt hier das ist eine gute frage der nächste ist ja nicht so weit ne und das ist scheiße oh ne doch ist ja ist er doch noch ein stücke äh, wait, what? waren die nicht zwei kurz untereinander? ach, die andere, ach alle anderen sind jetzt bereits vorbei whoopsie na dann müssen wir doch sogar den hier nehmen wow, haben wir den ersten voll verpasst das ist nicht gut so, wo geht es jetzt hier lang? wir müssen nach, wir müssen nach da hier ist die Ausfahrt da war ja ein schild mitten auf der Parkfläche wer macht denn so was? ich packe einfach mal hier so so, und let's go das ist wahrscheinlich mitten in der Nacht jetzt und es pisst natürlich oh Leute, was ist los mit euch? doch, von ihr war egal, leck mich am Arsch das war's für die Folge äh, Regen, Alter mein Fenster ist nach ja, okay dann, ähm was hast du die Folge? und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wollen wir denn schön in der Nacht fahren dürfen während es regnet ist ja auch sehr geil gut, wir fahren zu Glück meistens Autobahnen aber auch da müssen wir natürlich aufpassen ich meine, wir fahren immer 90 ja, gut dann ja, gut dann ja, gut dann wir fahren ja, gut dann